Willkommen bei der Seaster Discovery. Wir suchen Nixen, die über und unter Wasser eine tolle Figur machen und tauchen lernen möchten. Wenn ihr das Abenteuer eures Lebens erfahren möchtet und Thailand liebt, dann klickt auf Teilnehmen und macht mit. Für alle anderen gilt, macht es uns Jury leichter und votet für eure Kandidatin. Wer jetzt hier auf dieses Seaster Collier von Stefan Wiesmeier geschaut hat, dem kann ich sagen, dass die Gewinnerin das Seaster Collier auch empfangen wird. Ja, und was die Mädels in Thailand erwartet oder erwarten kann, das seht ihr jetzt. Ja, und was die Mädels in Thailand erwartet. Ja, und was die Mädels in Thailand erwartet.